hallo und herzlich willkommen zurück zu disney dreamlight valley in der letzten folge haben wir genau hier aufgehört und wir haben vieles erreicht wir haben dieses schiff gebaut wir haben es verbessert und festgestellt dass wir noch mal 10.000 bezahlen müssen ich glaube für die nächste stufe das müsste man jedoch eigentlich auch sehen können freundschaft freundschaft ist es freundschaft nein ich glaube nicht bergbau kochen angeln angeln vielleicht ich weiß es nicht ich kann es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sehen aber ich denke mal dass wir noch eine stufe bezahlen müssen und jetzt weiß ich gerade nicht wo war jana ist da oben ist sie wieso rennt die weg wenn ich mit ihr eine neue nicht abhauen ich will zu dir stopp ich habe da eine idee warum guckst du mich dann so böse an gameplayerin ich bin so froh dass du hier bist es wachsen nachtdornen in meinem fahle was ist denn fahle weißt du wie man sie los wird ich kann sie beseitigen für mich dorthin danke sie sind einfach so aus dem nichts aufgetaucht kommt einfach wieder ich bin definitiv hier nein du musst mir zeigen wo das ist oder ich muss erst mal deine aufgabe glaube ich hier aktivieren so ach die muss mir das gar nicht zeigen das steht oben drin was hast du denn hier alles rumwuchern kreuchen und fleuchen so geht das aber nicht hier es wäre schön wenn die nachtdornen ein bisschen besser bezahlen ein bild von vajana wie geil vor grad sagen da hat man noch nichts von aber ich habe gerade gesehen ein bisschen was hat mir schon aber nichts wo sie halt eben drauf zu sehen war so ich erinnere mich an etwas über ein paar blumen das ergibt sinn also für mich nicht aber ich erinnere mich nicht mehr was es genau war vielleicht kann ich mich an mehr erinnern wenn wir zusammen in den wald gehen und welche pflücken von mir kümmer machen man hat ja sonst nichts zu tun in diesem spiel außer blumen zu pflücken finde ein paar blumen aus vajanas erinnerung sie meint aber jetzt den wald hier oder das war knoblauch und das neue blumen die haben wir beim letzten mal gar nicht eingesammelt sehe ich gerade nein ich bin voll auch nein es tut mir leid es tut mir leid aber da muss ich mal eben kurz zurück das können wir jetzt nicht hier neue sachen können wir jetzt nicht liegen lassen ja genau aber eine blume haben wir uns schon gefunden sehe ich gerade sind da welche drin das sind alles nein das sind alles neue ach so das ist von ihr nein halt stoppt das war von mickey brauchen wir noch glaube ich das tun wir mal alles weg die fische tun wir auch mal weg bei den fischen habe ich keine ahnung mehr welche ich schon habe und welche nicht ich knall jetzt erstmal alle hier rein baumwolle war ja zum arbeiten wenn ich das richtig gesehen habe vanille ist eigentlich zum kochen knoblauch auch kakaobohne habe ich glaube ich schon in einem anderen aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal ich mache es jetzt erstmal alles hier rein ich meine ein bisschen platz haben wir ja noch so jetzt rückt die mir hier wieder total auf die pelle so das war hier drin das holz kann ich hier ach so die blumen habe ich gar keinen platz für nein das will ich nicht können wir hier noch eins machen das ist ja total nervig können wir die wichtigere frage wird wohl eher sein wo stelle ich das überhaupt noch hin weil ich habe keinen platz mehr für nix müsste ich jetzt hier eigentlich so ein bisschen in den weg reinstellen so damit ich die sachen jetzt einfach erstmal hier so rein knallen kann das ist das baumwolle ich habe ich da auch mal rein das war von mickey wobei ich glaube das ist egal ob ich das jetzt dabei habe oder nicht soja samen sehr schön die sachen können wir aber glaube ich noch hier irgendwo rein tun so kohle eisenerz die haue ich jetzt mal hier rein ich glaube ich zwar in dem anderen drin aber das ist nicht so schlimm ich will ja jetzt hier weitermachen und das nicht hier was ist denn das rote jetzt hier so wir müssen blümchen pflücken was ist denn hier schon wieder los hier ist ja alles vertrocknet das geht ja gar nicht nein du sollst das da machen wo ich markiert habe extra so so was war das hier sehr schön ach man kommst hier nicht durch den knoblauch nehmen wir natürlich mit und die sachen nehmen wir ja auch mal eben mit weil ich immer noch die ob da ist wieder was die hoffnung habe dass wir wenn ich wieder was gespart habe was ist das denn das sagt mir jetzt tatsächlich gerade so gar nichts ralf reicht's achso ach der wird hier auch noch reinkommen so wie es aussieht das ist ja geil ernte zu drohen knoblauch ist das ne den nehmen wir direkt mit so blumen da kommen wir nicht rüber aua ja wie wie soll ich denn hier blumen ernten wenn hier keine blumen sind hier sind noch welche hier ist knoblauch das gilt nicht als blume ach und schon wieder war es sehr schön allerdings brauchen wir viel 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 mehr von diesen sternen dingern da wo jetzt noch eine kiste ah sehr schön für das event da haben wir noch blumen so hier geht es nicht hoch das müssen wir wahrscheinlich freischalten nehme ich an 10.000 wo soll ich denn die ganzen dinge herkriegen ich meine selbst wenn ich das jeden tag mache ihr wollt mich doch veräppeln ehrlich da ist noch eine blume da komme ich nicht ran doch da ist der stand den wir gemacht hatten da ist noch einer da kommen wir auch wieder nicht rüber vier blumen fehlen uns noch ach da können wir runter huch christoph da bist du ja cool dann wissen wir zumindest wo wir ihn suchen können beziehungsweise wo er ist hier sind auch noch mal kisten die können wir auch direkt mal mitnehmen oh das ist gut 7 und ein bisschen knoblauch und eine kiste ich sehe hier allerdings grad irgendwie nichts wegen dem ja das ist auch okay mhm da sind nochmal blumen er ist am spielen wie süß aber leider können wir jetzt gerade nicht die quest mit dir machen weil ach hier weil wir noch blumen suchen wollte ich gerade sagen aber hier sind ganz viele so ich muss die mal kurz zu ende so da ist die erinnerung mit maui der hat wahrscheinlich hier die die dinger zu schlagen dann so hallo ich erinnere mich dass ich mit maui dort war warum haben wir im wald nach blumen gesucht vielleicht erinnert er sich an etwas wir sollten ihn fragen ok machen wir moment ähm ist er drin ja ich glaube da sind auch wieder fischer drin so gameplayerin schön dich zu sehen wie kann ich dir behilflich sein weißt du noch etwas über blumen ich erinnere mich nicht an etwas bestimmtes im zusammenhang mit blumen mal sehen ich habe im wald der tapferkeit ein paar steine abgebaut aber da war noch etwas anderes ja ich erinnere mich weil jana hat früchte für mich gepflückt weil ich hunger hatte danke zwerg ok das ist sehr interessant mit blumen pflücken und früchte aber gut so kriegen wir zumindest die erinnerung hier zusammen eine weitere erinnerung und es passt zu dem was maui gesagt hat ich erinnere mich an diesen teil ich habe das gefühl wir waren nicht alleine uff ich übersehe etwas lass uns ein paar früchte im wald pflücken gehen wenn es so ist wie früher erinnere ich mich vielleicht an mehr dein ernst ich habe die jetzt eben alle gemacht mhm Moment da gucken wir nochmal eben in den fischen äh ja muss man hier machen thunfisch ok sehr schön so dann auf in den wald ich liebe dieses teleportations zeugs ähm ja wenn sie jetzt sagt früchte im wald meint sie vermutlich tatsächlich die also diese büsche die ich jetzt abgeerntet hatte wo sind die eigentlich hin ach da das ist natürlich jetzt sehr sehr ärgerlich der ist schon wieder weggelaufen zählt da noch irgendwas anderes vielleicht zu ich denke mal nicht ne hier ist schon wieder eine blume oh Wasserturm für mickey maus oder oder von mickey maus hm es bringt wahrscheinlich nichts wenn ich was ernte was ich angebaut habe nehme ich mal an ich denke mal dass wir tatsächlich jetzt genau das machen müssen was wir jetzt gerade weggemacht haben hm es ist ärgerlich ich weiß auch nicht wann die spawnen aber die sind nicht so schnell soweit ich weiß was Moment was ist das für ein holz hier hatholz ok nehmen wir doch auch mal direkt mit ja das ist jetzt natürlich blöd weil wir das jetzt quasi vorweggenommen haben ah hi mickey die ist auch hier oder ihre geister erscheinung hm 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 sechs stück müssen wir ernten hier sind aber nur fünf stück letztendlich da ist das denn wirklich das ich bin mir jetzt nicht so sicher hm der haut auch immer ab das ist wie das kaninchen glaube ich es ist aber streng genommen auch gemüse das ist kein obst wieso brauchen die ja eigentlich so lange moment das war die baumwolle glaube ich braucht aber unheimlich lange ich glaube da müssen wir mal ein größeres feld von machen falls wir die wirklich mal brauchen ähm tja ich wüsste jetzt ach da kann man jetzt runter gehen stimmt das habe ich gar nicht gesehen oder habe ich das doch schon mal gesehen ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher ja also wie gesagt das mit den früchten ist jetzt natürlich blöd und dumm gelaufen wenn man so will es wäre allerdings auch genauso blöd muss man auch dazu sagen ähm immer die nicht gemacht hätten weil dann hätten wir nämlich nur fünf früchte gehabt die wir jetzt hätten ernten können weil ich hier nur fünf bäumchen habe was ich sehr irritierend finde weil ich ja sechs stück ernten soll entweder ist das extra so gemacht dass es etwas länger dauert oder ähm oh sehr schön ja oder äh das ist jetzt ein dummer zufall oder ich habe eventuell irgendwo was vergessen das kann natürlich auch sein deswegen bin ich jetzt beim reden nebenbei ja auch schon mal ein bisschen was am weg machen normalerweise ich sehe ja gerne mal den laut den wald vor lauter bäumen nicht das könnte in dem fall jetzt auch der fall sein hm aber ich meine ich habe als ich das zusammengestellt habe habe ich hier extra nochmal geguckt ich habe auch so nichts gefunden ach hier kann man nochmal Knoblauch holen nichts gefunden was man hier umstellen kann das wäre so ein Dusch aber den konnte ich nicht umstellen Moment ne den kann man nicht umstellen so das ist auf der anderen Seite tja es tut mir leid es tut mir leid und da kommen wir wohl im Moment nicht weiter da müssen wir tatsächlich warten bis der Tag vorbei ist oder ein paar Stunden zumindest vorbei sind und dann hier nochmal die Sachen neu ernten das ist doch doof ich meine das hätten sie auch vorher sagen können ganz ehrlich so ich nehme jetzt nochmal schnell das Holz mit hier das ist auch noch was kann man ja nie genug von haben dann würde ich sagen dass wir dass wir hm wenn ich das kann stelle Teile zum Basteln her achso das war das war die Sache mit dem mit dem Erz ne wenn ich mich richtig erinnere oh ich brauche fünf Eisenbarren um das zu machen hm Teile zum Basteln ja da brauche ich zwei Eisenbarren für drei Teile wobei ich das dann zweimal machen müsste das heißt ich brauche auf jeden Fall noch viel viel mehr Erz ok dann können wir den Teil auch nicht machen ich will jetzt aber nichts komplett neues anfangen weil ja das dann doch wieder länger gehen würde für ihn muss ich dann achso ich könnte aber mit den Leuten nochmal kurz reden hm da wir jetzt für ihn sowieso keine Quest haben komm mal her Merlin jetzt komm schon uns erwartet viel Arbeit ja ja wolltest du mich etwas fragen sag mir Gameplayerin was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft um ein guter Anführer zu sein ein Schwert aus dem Stein ziehen ja ganz genau sich um die Menschen zu kümmern ja das ist das wichtigste für einen Anführer sich um die Menschen zu kümmern die man anführt äh ja und das hat uns grad ein Level abbeschert ok ich will jetzt nicht mit dir reden Goofy weil immer wenn ich mit jemandem gesprochen habe wo ich das Zeichen drüber hatte hab ich nämlich das Problem gehabt dass ich ähm ja wieso kann ich das achso jetzt ist eine Erinnerung gekommen dass ich äh was Neues angenommen habe ohne es zu wollen und das oh da ist was grünes drin gewesen sehr schön und wieder eine Erinnerung ne Puzzlestück ja Monster Academy also Monster AG ja Academy steht ja nicht hier drin ok das Holz das nehme ich jetzt noch mit dann schauen wir mal was wir hier noch so rauskriegen aber ich denke mal achso ne hier können wir ja glaube ich sowieso keinen Eisen bekommen jetzt habe ich natürlich meine meine Liste nicht nebenbei geöffnet das wäre natürlich schön weil ich extra aufgeschrieben habe wo wir Eisenerz herbekommen ähm ne Eisenerz habe ich gar nicht aufgeschrieben ich habe jetzt gerade mal nebenbei geguckt tatsächlich aber Eisenerz ist natürlich eins der wenigen Dinge die ich nicht aufgeschrieben habe müsste ich dann aber mal achso Moment wir können aber ne nicht sammeln äh Edelsteine ne äh gut runter doch dann ist das unter sammeln aber es steht hier nicht drin wieso steht das doch hier im Wald der Tapferkeit und Lichtung des Vertrauens wo bin ich denn jetzt gerade Lichtung des Vertrauens ist hier unten das sollte ich tatsächlich dann auch nochmal mit in die Liste aufnehmen so hier das können wir auch direkt schon mal abernten weil das von Vajana das ist ja dann eh was eigenes so dann schauen wir mal die nehme ich jetzt neuerdings immer mit wobei die Blumen müsste ich eigentlich auch mitnehmen weil man die ja auch nicht so oft findet vor allen Dingen meistens dann nicht die die man braucht aber ne auf der Seite also ich wollte gerade sagen kann man das abbauen oder was das sah jetzt gerade so komisch aus ich nehme auch eben mit ich weiß immer noch nicht wie man da hinten eigentlich hinkommt oder wer mir helfen könnte ich meine ne es wäre schön zu wissen wer für den Bereich zuständig ist weil dann könnte ich nämlich die vier Stück vier Stück oh mein Gott jetzt finden wir wahrscheinlich wieder nichts mehr also einmal können wir auf jeden Fall herstellen das bringt uns aber nicht viel weil wir müssen zweimal herstellen da hinten ist nochmal was vier Stück das heißt oh da ist auch was drin sieben wenn ich mich nicht täusche brauchen wir vier oder fünf ich weiß es gerade nicht oh das wäre jetzt so geil wenn wir das jetzt machen könnten dann hätten wir zumindest nochmal was was wir jetzt am Ende hi ich komme wieder zu dir wenn ich die wieder machen kann ähm Eisenbarren achso ich kann nur zwei machen okay das heißt wir haben immer noch einen Eisenbarren zu wenig Teile zum basteln können wir nur eins machen ja wie ich schon gesagt habe wir müssen noch einen Eisenbarren herstellen ich hatte auch einen kleinen Denkfehler ach das ist doch doof das ist doch doof hier ist bestimmt nichts mehr was wir abbauen können mhm mhm doch da ist noch was zwei was ist das denn jetzt hier alles das ist nicht alles das waren jetzt nicht alles Edelsteine ne was war denn das gerade das war kein Eisenerz oder oder waren das Steine Moment aber wie viel fünf Eisenerz haben wir nein jetzt sag mir bitte nicht dass wir jetzt wegen einem einzigen Eisenherz hier scheitern weil wir jetzt hier nichts mehr finden ach das ist Ursula ich wollte gerade sagen ist jetzt hier eine neue Quest drin oder was das war nur Ursula Mensch lenkt mich doch nicht von meinem von meinem Schicksal hier ab wie war das nochmal ähm sammeln Wald der Tapferkeit weil hier werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nichts finden ich muss achso wo klicke ich denn drauf ich muss auf jeden Fall gucken dass ich aber ich habe hier glaube ich noch nie was zum für dem ich achso weil ich jetzt auf das andere aus Versehen eben geklickt hatte ich habe ja glaube ich noch nie was zum abbauen gefunden wenn ich hier rumgelaufen bin da kommen wir auch nicht hinter doch da hinten ist was ah kann man das eigentlich auch abbauen ne das ist dann wahrscheinlich mit der verbesserten äh Spitzhacke Eisenerz Eisenerz oh ja danke danke jetzt haben wir acht Stück perfekt so Moment das muss ich auf jeden Fall farben also wir haben öfter mal was gehabt wo wir Eisenerz benutzen und ähm ja jetzt haben wir natürlich sehr viel gehabt wo wir Eisenerz mit benutzen müssen du rennst sowieso mal vor mir weg zu dir geh ich gar nicht erstmal hin so ähm Eisenbarren so können wir noch einen herstellen zack und einmal teile so Stelle den Dreamlight Verstärker her den Dreamlight Verstärker das Ding hier so okay ich würde allerdings sagen dass äh wir die Quest mit Miki in der nächsten Folge weitermachen weil ich denke mal dass die ein bisschen länger dauern wird und ja vielleicht noch eine Folge Quest dann kommt oder so also er ist ja auf Max Level wenn ich mich richtig erinnere auf Level 10 deswegen kann es sein dass wir da nämlich eins hinter dem anderen machen können ich bin auf jeden Fall sehr sehr froh dass wir jetzt die Sache endlich mal geschafft haben und ja ich muss mir wirklich nochmal meine Übersicht ein bisschen ähm 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 kompletieren damit ich auch Eisenerz und so weiter da drin stehen habe ich guck da nochmal bei mir eine Übersicht nach und aktuelle aktualisiere das ein wenig reden kann ich auch nicht mehr und ja ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dann Ciao Ciao Ciao